Guten Abend bei der Meteo. Für uns zu fangen war es ein Foto, die wir gerade geschickt haben. Rote 5-Montage geknippt sind zu räumig. Temperaturen sind definitiv an einem Müll. Im Bereich sind sie bis 6 Grad geklommen. Und wir sind da noch nicht fertig, weil wir leider nicht im Abfluss von einem Diefdruckerbiet beim Atlantik. Wir werden also an den nächsten Tagen noch weiter mit Müllluftmassen an das Land ran sein. Wir werden dann eine Woche mehr schauen. Und dabei sind wir das ganz kurz noch mehr im Detail. Und danach wird den Himmel größtendlich zu sehen. Auch da, als die einen oder anderen Schauer nicht auszuschliessen. Und Temperaturen liegen zwischen 0 Grad zu 11 und 2 Grad Lanschmusel. Aber die Woche geht alles mit Nivell an viel Wollecken. So ähnlich wie Hout. Und am Laufen und Mütten sehen wir auch nicht schauen an das Land ran. Das wird aber ganz wesentlich führern können. Weil am Norden vom Land kein Sonnig auch mal weise kommen. Plätze, wo es dominieren, wird Wollecken an Temperaturen. Wie gesagt, in einem Mühlebereich die Klammen. Zum Beispiel maximal bis auf 9 Grad zu Schengen an zu Wasser. Bullisch, 7 Grad zum Beispiel an der Stadt, an zu Beeteburg, an eng 5 Grad zu Elven. Die Wand aus Süd-Osten in Aweemann spürt es für bis zu 30 km an der Stadt. Und am Ende geht da größtendlich dröschen. Aber auch da werden Wollecken dominieren. Das kann es bei maximal 9 Grad. Und am Dienstag und Mittwoch werden da am Schauen an das Land rand stehen. Und da geht dann noch wesentlich führern. Wie gesagt, sind Wollecken als Sonn dabei. Auch bei maximal 9 Grad. zwei Grad alt.